Kinder und Jugendliche, die mithilfe von Jugendämtern gezielt an vorbestrafte pädosexuelle Männer zur Pflege vermittelt worden sind. Eine Vermittlung, die über 30 Jahre nicht nur unter den Augen der Behörden und des deutschen Staates stattfand, nein, es engagierten sich parallel auch politische Parteien für die Entkriminalisierung der Pädophilie. Das Kandler-Experiment, eine moderne Sexuallehre im Zeitgeist des Neoliberalismus, von den frühen 70er Jahren bis zum Jahre 2004. Heute spricht man von dem dunkelsten Kapitel der Nachkriegsgeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Kandler-Experiment ist benannt nach dem Sexualwissenschaftler Helmut Kandler. Kandler war zudem Psychologe und Professor der Sozialpädagogik an der Universität Hannover. Er promovierte 1975 mit seiner Doktorarbeit Eltern lernen Sexuallerziehung und veröffentlichte somit seine Theorie einer emanzipatorischen Jugendarbeit. Seine Dissertation, was auch als Sachbuch erschien, machte ihn bundesweit zu einem renommierten Fachexperten für die neu moderne Sexuallehre, was ihn auch dazu brachte, zeitweise als psychologischer Berater für Polizeifragen und auch als Gerichtsgutachter tätig zu sein. Nach Kandlers Sexualanschauung sollten Eltern die Sexualität ihrer Kinder viel mehr fördern, anstatt ihnen weiter Hindernisse in den Weg zu legen, um nicht zu riskieren, dass sie zu sogenannten sexuellen Krüppeln bzw. sexuell unterentwickelt bleiben. Zitat Auch der unfreiwillige Sexualkontakt sollte nicht problematisiert werden, denn so sagt er, wenn der Erwachsene rücksichtsvoll und zärtlich gewesen sei, könne das Kind den Sexualkontakt mit ihm sogar genossen haben. Unter dieser Betrachtungsweise gab es für ihn auch selbstverständlich kein Hinderungsgrund, Pflegekinder an pädosexuelle Pflegeväter zu vermitteln, da auch bei einem Sexualkontakt zwischen Kind und dem Erwachsenen als Vaterfigur nicht zwangsläufig von einem sexuellen Missbrauch oder Übergriff die Rede sein kann. In dem Bilderbuch Zeigmal von Will McBride aus dem Jahre 1974, welches über dem Jugenddienstverlag erschien, die der evangelischen Kirche nahesteht, werden durch anschauliche Bilder die kindliche Sexualität gezeigt. So heißt es im Vorwort von Helmut Kendler, würde Sex zwischen Erwachsenen und Kindern nicht von der Umwelt diskriminiert, seien vielmehr positive Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten. Bis weit in unser Jahrhundert hinein glaubte man, die Kinder seien gar keine sexuellen Wesen, weil man unter Sexualität nur Fortpflanzungen verstand. Erst 2017 wird der Skandal öffentlich, durch Betroffene, die für Entschädigungen streiten. Sie wurden jahrelang von ihrem Berliner Pflegevater misshandelt, manipuliert und vergewaltigt. Zwei von ihnen geben damals ein Interview. Es wurde eben erklärt, dass das ganz normal ist, dass es zwischen Vater und Sohn normal ist. Und dass es halt nichts Schlimmes ist, mehr oder weniger. Man wurde auch mit Privilegien geködert, zum Beispiel, dass man ein Super-Nintendo-Spiel bekommt oder man länger wach bleiben kann. Sachen, worüber sich Kinder halt freuen. Aber auch die Politik und Kinderschutzorganisationen engagierten sich in den 70er und 80er Jahren hinsichtlich dieser Thematik. Die kontroversen und anstößigen Äußerungen vor allem der grünen Politiker in den 80er Jahren wurde 2013 als Pädophilie-Affäre der Grünen öffentlich debattiert. So forderten die Grünen 1980 die Streichung bzw. Milderung der Paragraphen 174 und 176 StGB. So fordern wir als erstes eine Abschaffung, das heißt ersatzlose Streichung der Paragraphen 173 bis 176. Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und haben freier Vereinbarung gerufen. 1988 plädierte der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck, laut einem Beitrag für das Pädosexuelle Sammelwerk, der Pädosexuelle Komplex, eine Entkriminalisierung der Pädosexualität. Interessant ist es hierbei zu wissen, dass es auch Volker Beck war, der sich 2004 gegen die Strafverfolgung des Künstlers Jörg Immendorf aufgrund des Kokain-Konsums aussprach. Zwölf Jahre später wurde er selbst im Drogenkonsum mit Crystal Meth überführt, was ihn veranlasste, aus allen Fraktions- und Parlamentsämtern zurückzutreten. Merkwürdig, dass er sich erst an diesem Punkt in der Verantwortung sah, zurückzutreten, nicht wahr? Zumal der Drogenkonsum ihn letztendlich nur persönlich betrifft, doch sein Engagement hinsichtlich der Sexualität mit minderjährigen Kindern eine ganze Gesellschaft betrifft. Aber auch Cohen Bandit, der Grünen und Europapolitiker, beschrieb im Jahre 1975 in seinem Buch Der große Bazar sexuelle Handlungen mit Kindern. Und auch in Fernsehsendungen und Magazinsbeiträgen äußerte er öffentlich seine sexuellen Begierden. Walter Bersch, von 1981 bis 1991 Präsident des Kinderschutzbund, war sowohl auch 1983 Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität. Der Verein setzt sich für eine weitreichende Liberalisierung von Sexualität ein. Doch was heißt das genau? Das heißt unter anderem, dass sie sich gegen die Strafbarkeit einvernehmlicher sexueller Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern positionieren. So kritisiert der Verein auf ihrer Webseite, dass einigen Mitgliedern der Gesellschaft das Ausüben von Sexualität verwehrt wird. Das Recht auf Sexualität regelrecht abgesprochen. Zum Beispiel Kindern. Aus der Beobachtung ist es doch mal interessant und erinnert an Hegels Triade. Wir haben hier die Gegenüberstellung zweier Positionen zu einem Sachverhalt. Als These, auf der einen Seite der Kinderschutzbund, als Interessensvertreter der Kinder und Eltern und womöglich der Mehrheit der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite als Antithese, ein Verein als Interessensvertreter für Pädophile. Nun kann ein Diskurs stattfinden und es gestaltet sich demokratisch. So wird auch dem Bürger das Gefühl vermittelt, eine Organisation kümmert sich um die Interessensangelegenheiten von Eltern und Kindern in der Gesellschaft. So kann man sich auch ruhigen Gewissens zurücklehnen, ungeachtet dessen, dass beide Organisationen unter einer Decke stecken könnten. Da Helmut Kentler heute längst verstorben ist, ist der Strafprozess gegen ihn abgeschlossen und eingestellt, da die Tat auch verjährt ist. Am 6. Mai 2021 beschloss jedoch die Jugend- und Familienministerkonferenz, das Wirken Kentlers auch bundesweit aufzuarbeiten. Da es unklar ist, wie viele Opfer das sogenannte Kentler-Experiment gefordert hat und ein Verdacht auf ein Netzwerk und bundesweite Verflechtungen besteht. Auch wenn dieses Thema für die allermeisten verstörend sein mag, ist es wahrlich nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir uns dabei mal den Leitfaden für die Frühsexualisierung anschauen, welches von der WHO sowie auch der BZGA im Jahre 2012 ausgestellt wurde. Des Weiteren ist es auch merkwürdig, jetzt wo die Grünen wieder in der Regierung sind, dass die ersten Schwulen- und Lesben-Kitas eröffnet werden. Dazu mit einem Vorstand, der bereits aufgrund von Pädophilie-Vorwürfen zurücktreten musste. Es scheint auch, dass die Pädosexualität heute unbemerkt teils unter dem Deckmantel der LGBT-Kampagne in die Mitte der Gesellschaft getragen wird. Sexuelle Vielfalt ist das Credo, nicht wahr? In dieser ganzen Gewalt- und Missbrauchsspirale dürfen wir aber eines nicht vergessen. Der Mensch behandelt seine Mitmenschen meist nicht so, wie er gerne selbst behandelt werden möchte, sondern meist, wie er selbst behandelt wurde und so auch gelernt hat, sich selbst so zu behandeln. Was haltet ihr von der gesellschaftlichen und sexuellen Entwicklung? Wo wollen wir da hin? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare.